Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Drang Ball Sidokan Battle. Heute ein bisschen was unerwartet ist. Wie ihr seht, der Band ist noch 7 Stunden da und ich habe mich zwar schon gestern entschieden, hier tatsächlich wieder zusammen. Problem ist, ich bin wegen Ostern gerade nicht zu Hause, ich bin im Urlaub. Ich muss es also trocken aufnehmen, ich habe keine Kamera, kein Mikrofon, gar nichts. Deswegen nehme ich es einfach mal notgedrungen auf und hoffe, dass Gogo da ist. Ich mache jetzt also keine große Show draus. Wir ziehen einfach die ganze Zeit durch, weil ich will noch unbedingt den Discount mitnehmen mit einem kostenlosen Summen nach 3 bezahlten. Wir gehen einfach jetzt im Schnellformat durch und schauen wir nach, was hier rauskommt. Ich habe seit dem letzten offiziellen Video auch selber nicht gesamt, lol. Vielleicht 2 SSR hintereinander. Allerdings nichts besonderes. Ich habe 3 SSR. Allerdings überhaupt nichts nennenswertes. Ja, wir kriegen noch Tickets. Oh, da werden es sogar 5 Summons hier. 3 bezahlte, ein kostenloser und ein kostenloser Tickets haben. Sehr schön. Wie gesagt, ich mache jetzt hier eine Frage, zack. Ich muss mich echt beeilen. Ich bin mitten im Urlaub. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Aber ich wollte unbedingt noch die Discounts mitnehmen und ich fahre leider erst in ungefähr 9 Stunden nach Hause. Aber die Discounts gehen nur noch 7 Stunden. Ich muss also heute Summen. Ich habe mich da ein bisschen verrechnet, was den Urlaub angeht. Und der einzige Wunsch wirklich ist, noch den Goku zu bekommen. Alles andere ist mir völlig egal. Allerdings sind die ersten beiden Summen schon mal wieder eine Flaute. Nichts besonderes. Letzter bezahlter Multi. Vielleicht kommt jetzt der Goku. Das wäre schon mal sehr schön. Hoffen wir aufs Beste. Anzeichen sahen es jetzt auch überall relativ trocken aus. Ja, zweifache kann viel bedeuten. Mal schauen was hier rauskommt. Nichts. Wieder nichts. 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 Sprich, der wird häufiger kommen. Den kann ich mir auch ganz einfach dann mit roten Coins kaufen. Ich habe glaube ich fast 3000 rote Coins. Also easy peasy. So, die bezahlten sind durch. Das heißt, wir kommen jetzt schon zum letzten Multi aus dem richtigen Banner. Dem Free Multi. Aus dem Grund mache ich das noch heute. Vielleicht ist der Free Multi außenseits mal nett zu mir. Ich glaube bei Barry Blue sind die Free Multis grundsätzlich erfolgreicher. Mal gucken. Ich will nur den Goku. Alles andere ist mir völlig wurscht. Wow, schade. Läuft echt nicht gut. Und es war es. Okay. Das heißt, wir haben, glaube ich, insgesamt vier Summons bei Goku gemacht. Drei bezahlte, ein Ticket. Ja, und jetzt damit hier sogar fünf Summons. Also fünf Durchläufe. Und der Goku ist leider immer noch nicht da. Ich denke also mal, ich muss mich geschlagen geben. Ich sollte damals ein Ticket zur Seite gelegt haben. Habe ich das? Ja. Oh, wir können also tatsächlich noch einen ganzen Multi machen. Ich habe gedacht, das werden jetzt neun Single Summons. Nice. Vielleicht bringt ja dieser Ticket Multi noch irgendwas. Goku und Grelin könnte einiges bedeuten, aber auch nix. Mal gucken. Und ich glaube, uns wird dadurch... Ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, ob das jetzt nur noch ein SSR garantiert, was jetzt nusslos wäre. Oder ob das zumindest noch auf ein Fest Unit hindeutet, was das Schönste wäre. Oh, Fake Out. Oh, bitte, 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 bitte. Yes! Im Ticket Multi wahrscheinlich, oder? Ja gut, dann ist jetzt was Schüsse bekommen. Da kann ich jetzt durchskippen. Oha, wir haben Roku noch wirklich auf den letzten Meter zusammengekratzt. Holy Crap. Da kann ich mir die 2000 oder 3000 Rote Coins dann für irgendwelche zukünftigen Dokenfest LR aufheben, die ich dann nicht im ersten Versuch bekomme. Lul. Damit kann ich leben. Sorry, dass das heutige Video etwas so durchgerusht ist. Ich muss aber jetzt tatsächlich wieder aufhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben Roku bekommen. Ich bin Happy. Wir sind jetzt beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.